So Freunde der Gruselkunst hier ne, zweite Runde Slender, diesmal sitze ich da dann im Steuerknüppel. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf, aber ich drück jetzt mal schon auf Start. Wenn es los geht, schackt mich schon wieder derbe ab, das Spiel. Kann ich ja schon sagen, letzte Runde von mir. Magst du das Spiel nicht? Echt? Auf jeden Fall. Ich steh total auf Horrorspiele. Dennis is not amused, hast man selbst gesagt. Wir haben uns grad schon mal die Bilder angeguckt, geht gar nicht klar. Slender, the eight pages. Okidoki. Hm. Das größte wäre eigentlich, wenn wir noch so ein Pulsmessgerät hätten. Lieber nicht, ey. Alter. Was ist denn? Es macht Spaß, als ob du grad nen Schatten durchs Bild gelaufen bist. So recht mehr voll krass wie das Spiel. Kennt ihr diese Mindfuck Bilder? Da sieht Dennis auch überall Gesichter, das ist der Wahnsinn. Ich bin auch mega Mindfucked. Ah ne, die Shit Bricks Bilder sind halt genau. Ja. If you see it, you will shit bricks. Ich wüsste jetzt natürlich gerne, ob ich daran gestorben bin, dass ich zu langsam war. Ich mein, es gibt so ein Timer quasi, wenn ich sag so und so viel Zeit. Ne, aber vielleicht ist der ja irgendwie hinter dir her und... 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 Ich hab mein Handy kapriert, ey. Ich hab mich da wieder schon nen Check gekriegt. Ich hab schon, es muss ja drin bei der Seite sein, da kann ich mich verpissen. Ich hab hier so langer Gang, aber... Da steht er. Ja, da steht er nicht. Wär aber richtig übel, wenn der jetzt... Wenn der jetzt einfach mal vor mir stehen würde, ey. Ich würd voll den Herzen verkriegen. Ja, das nicht, aber... Wirklich schon derber strecken. Da geht's wieder raus. Da geht's auch raus. Da geht's auch raus. Da geht's auch raus. Einen Raum hatte ich noch nicht, wa? Weiß ich nicht. Na, leh mit dem roten Stuhl den Raum. Scheiße, ich glaub ich ist keine drin. Bei mir war da auch keine. Meinst du da ist nie einen drin? Oder meinst du das Render? Ich glaub da das Render man sonst. Weiß ja irgendwann, wo die Seiten sind und rennt die einfach ab. Okay, aber der Ort erscheint immer ein gleiches Stuhl zu sein. Bei dem irgendwie in der zweiten Reihe, der dritte von rechts hängt eine. Mhm. Also nicht einfach hier durchlaufen. Ich frage mich, ob Render vielleicht mehr Geräusche macht, dass du dann irgendwie... mehr Dings auf dich ziehst. Mehr Aufmerksamkeit. Da ist die erste. Steht da auch noch... Ne, da steht was anderes drauf. Steht voraus drauf, als kommt die Mocke ein. Und wir laufen noch mal schön den Weg. Welchen Weg? Ja, ich find das hier ist ein Weg. Weil hier auf dem Boden kein Gras ist. Nur so vereinzelt. Ich weiß nicht ob das ein Weg ist, aber das kommt mir zumindest vor. Boah. Das wird schon mal wieder ein neues Bauwerk. Das ist natürlich Dings. Irgendwann die Leute. Ein Hinkelstein. Das ist von der zweite Seite. Alter Fuchs. Steht da auf. Don't look where it takes you. Jetzt hast du dich umgedreht. Ja, ich weiß. Genau. Der war schon. What? Hast du dich an Chrismien grad gesehen? Alter. Alter Vater. Wir müssen hier weg. Man dreht sich ja locker um. Wir wissen, wo der ist. Aber ich denk, wann soll der nicht ankommen? Weiß ich nicht. Ich hab keine Taktik beim Spielen. Ich hab ja keine Guides oder so durchgelesen. Das ist reine Vermutung. Oh. 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 Ich will mich nicht mehr um. Ich will mich aber noch mal umrennen. Aber wir wissen, dass mit Dennis würde ich noch mal umrennen. Ich hab ne gute Idee. Ich weiß halt nicht. Meinst du, ich kann den austricksen? Wenn ich mich jetzt quasi unter so einem Baum stelle, mich umdrehen und dann rückwärts laufe? Also Spielmechanik austricksen oder so ne Kacke. Was wir hier noch mal umdrehen. Da hinter dem Baum ist der. Ich kann ja was über Blutweckse. Spielst du ja intelligent wie michi? Hab ich die Feierle in den Wald? Oh, der Vater. Kommt da irgendjemand näher? Weiß ich nicht. Kann sein, dass der vielleicht pro Seite mal schneller wird oder so. Schon wieder. Sehr klasse. Also, weil wer das dann nochmal genau sehen will, ja. Wenn ich Pjökenmutter jetzt hab, guck einfach mal die Stopp-Taste. Dann können wir gucken, wie er aussieht. Was schüttet mich jetzt nicht, du. Warte, ich hab immer noch Spaß. Keine Ahnung, wo wir ansatzweise bin. Ich glaub nicht, dass er näher kommt. Sieht zumindest noch nicht so aus. Ich hab so keine Ahnung, wo wir sind. Du? Nö. Wir finden auch keinen Zaun. Wo wir uns irgendwie mal orientieren könnten, dass da Ende ist. Ich sehe auch kaum noch was. Ich sehe auch kaum noch was. Ich sehe keinen einzigen Scheiß-Ding. Der Typ ist weg. War der jetzt vor uns? Weiß ich nicht. Die Taschenlampe eigentlich dunkel. Also kommt er nur so vor. Jetzt kommt er glaub ich näher. Ich bin gerade irgendwie nah dran. Alter, ich hab überhaupt keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich kann mich so behaupten wie in diesem Wixwald orientieren. Schon lachen jetzt, welche von euch das Spiel gespielt hat. Ohohoho, das ging das Leben, wo ich wäre irgendeine Seite gewesen oder so. Eure Mitte. Wir hätten eigentlich, bevor wir das Spiel komplett spielen, einfach mal machen sollen. Ähm. Ja, hier war ich schon mal. Ja. Zehn Schritte nach vorne laufen. Die Taschenlampe ausmachen. Und wer dann sich traut, äh, am längsten die Taschenlampe nicht anzumachen. Das hätten wir vorher mal machen. Das hätten wir auf jeden Fall. Verdammt. Da musst du mit Peter machen. Peter ist der größte Schisshase. Das ist immer so laut geworden. Alter. Ruderschlecken. Ich glaub, ich hab irgendwie halt gefühlt, dass es im Laufe der Zeit, wenn man so langsam ist oder so. Ich seh überhaupt nichts mehr. Die Taschenlampe gibt auch kaum noch Licht her, kann das sein? Ich werd auch wirklich so hoch machen. Die Ansatzweise, keine Ahnung. Der Typ ist auch weg. Der Kar ist ja weg, ja. Keine Lust mehr. Ich hab übrigens, äh, halb drei Nachts ja, also. Ja, echt mal, ja. Die Bedingungen stimmen. Na für euch, ein mali miesen Motherfucker. Ich schwör aber, wenn der nicht geklickt hat, das Video, dann fink ich an. Ja. Warte, ich schwör. Da ist es zur Wende. Das ist auf jeden Fall irgendwie was nicht so normal aus. Wieso steht denn da bitte einfach ne Brickrohr? Also so ne... Was ist hier im Hohen? Ich bin hier normalerweise kein Hohen. Das ist ein Kreuz. Als der hängt an einer Seite so ne... Ja, an einer Seite so ne Seite. Ja. Okay, guckt's euch an. Weil ich lauf jetzt weiter. Ist mir egal. Drei von acht. Nice. Warte. Warte. Hast der Kugel gesehen? Du drehst ja die ganze Zeit um den Bescheid. Ja, Slendy will uns. Er will unsere Frau Patze. Ich glaub, der wäre was anderes, ja. Guck mal, der will die Seiten zurück. Oh ja. So. Juhu. Der ist im Wegsaun. Oh ja. Oh ja, der war... Slendy, du Patze, ey. Was ist das hier? Super. Klassisch, weil ich einen geilen Orientierungssinn habe. Leck mir die Eier. Das ist ja schon wieder da unten. Ja, den gewissen Mal gehe ich gerade aus. Okay. Du willst was Lenny verwöhnen? Da ist... Alter! Du... Alter, verdammt. Boah, bist du eine Bitch, ey. Boah, da war er wirklich. Ja, gut, aber ich habe mich auch umgedreht. Was ist das denn hier? So, Bäume ohne... Bäume. Ich finde er erstaunlich, wie lange... Wie lange ich? Durch die Gegenstabbekanze ohne... Alter, der umkreist dich mal. Wie ein Jäger seine Beute. Ja, aber in dieser CD lauf ich die ganze Zeit. Wo bist du da mal stehen geblieben? Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Da hat wenig... Also ich hätte ja gecatcht, dass dann der Seite einfach standen und nichts getan. Also ich gehe davon aus. Ja, genau. Ich habe mir die Seite angeguckt, weil ich wissen wollte, was da draufsteht. Bin stehen geblieben und dann... kam er scheinbar von hinten an. Ja, du siehst kaum noch was, ne? Ja, du siehst kaum noch was, ne? WTF? Ich habe noch nicht gecatcht, aber der kommt gerade ziemlich nah ran, glaube ich. Oh, ich sehe mich überhaupt nicht. Meinst du jetzt, warte, wenn ich siehst, ist es nicht da oder? Ja. Wenn du mich nicht siehst, sehe ich ihn nicht. Warte, ich sehe gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, was es für Ziele es noch gibt oder so. Du darfst am Ende in der Straße immer auf uns... ...wann sind wir am Anschluss. Abstand zu Standing kriegen. Oh. Die Taschen, da müssen ich den Finger noch wieder haben. Alter! Jetzt aus. Boah, Alter Vater. Was war das denn schon wieder? Wie geil war das denn? Alter, leck mir die Eier auf. Alter, das muss Peter spielen. Ohne Scheiße. Alter, das ist nix für meine Nerven. Ich schwöre bei Gott, weil ich hab... Da muss der sich da im Haus in der Herrenwindel ausleihen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Da ist er genau in so eine Situation, will ich niemals kommen. Ja, und deine Taschenlaufen ist gleich alle. Nein, wobei ist. Du willst dich schon wieder laufen? Ja, ich will wissen, wo der ist, der Bassard. Weißt du, ich werde lieber von vorne erschließen, als von hinten gewechselt. Ja, aber von hinten fand ich gerade nicht so schlimm. Das ist erst los. Die Sachen von vorne gerade fand ich ganz schön übel schon. Oh Gott. Tja, da hat dich der Slendy geholt. Alter. 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 Aber hammergeil. Diese Einmeldung zwischendurch kurz. Äh, mit dem mit... Also nicht dieses gekrisselt, sondern dieses weiße krisselt. Pfff. Mit dem lauten Ton, das ist echt schon cool. Ansonsten... Alter. Ich glaube, ich hätte länger spielen müssen. Außerdem ist... Das habe ich ja jetzt den Wechsel gehabt. Wenn du zuguckst, ist einfach die Atmosphäre nicht ganz so dramatisch. Wenn du spielst, ist sie ziemlich krass. Wenn du selber spielst. Also das ist schon ein ganz schöner Unterschied, muss ich sagen. Boah. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Runde. Aber... Alter. Ja. Wir müssen Peter noch dazu fortfahren. Ohne Witz. Der hat dich ja bei Dark Souls schon in die Hose gemacht. Phänomenal. Oder bei Uncharted. Ich hoffe auch mal, ich werde trotzdem gefallen. Schreib in den Kommentaren, was ihr davon gehalten habt und... Äh, wie viele Seiten ihr gefunden habt. Genau. Auf jeden Fall. Und hier nicht so, ich habe alle acht gefunden. Wir wissen, ihr habt es nicht geschafft. Weil wir es nicht geschafft haben. Genau. Wir sind hier mega froh. Wie war das hier? Alle drüber sind Cheater und alle drunter sind Noobs, ne? So sieht das aus. Da bin ich leider der Noob und Bram ist der Standard. Ja. So sieht das aus. Ja, egal. 3 von 8. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Tschüss.